Du bringst den Tod. Vögel fallen tot vom Himmel. Blumenwägen. Am 13. August wirst du am Berater einen Mann namens Arthur Grimm töten. Was sagen Sie da? Am 13. August Ist es nicht mal noch das Todestag? Die Geschichte vom Traurigen selbst war ihre besten Freundin. Sie haben sie mit der ganzen Welt geteilt. Du bringst den Tod. Das klingt wie ein Fluch. Einen Mann namens Arthur Grimm töten. Glaubst du mir, was in Licht ist? Wer ist er? Ich glaube, in meiner Wohnung ist etwas Schreckliches passiert. Das ist Valerie. Grimm ist handelt all seine Frauen. Ich glaube, da gibt es so eine Verbindung. Willst du mir gerade sagen, meine Schwester wird ungebracht? Es ist möglich. Bleib weg von mir. Vor, 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 steh! Du brauchst Hilfe. Sie müssen jetzt wieder ins Milch kommen. Würden Sie mir einen Mord zutrauen? Irgendwas stimmt nicht mit mir. Der Schatten Ich glaube, da gibt es so eine Verbindung. 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 Vielen Dank.